Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Adirolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Insel gesäubert, würde ich mal sagen. Wie Testicle Island oder so, nein, ich weiß, das hieß nicht so. Aber Specticle Island, ja. Und ja, wir haben hier... Ich habe schon irgendwie so das Gefühl, da ist ja die Siedlung, die wir helfen sollen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die verlangt von uns, dass wir hier alles fertig machen. Und ja, wir haben jetzt hier gleich alles fertig gemacht. Also hoffentlich bringt es satt. Wie ist das der Fall? Fällt gerade ein. Ich bin auch voll überladen, ne? Mir fällt ein, ich habe doch jemanden dabei, den Packiesel spielen kann. Und ich komme ja nicht hoch, verdammt. Warum ist das Radio an? Mach das weg! So, irgendwo ist hier noch... Wahrscheinlich ist der Meierlöck hier derjenige, der noch am Leben ist, oder? Das. Äh. What? What? Okay. Was? Ja gut, entschuldigung. Kann ich mal da rein, da kannst du doch ganz offensichtlich hin. Boah. Sind das mein Dreck. Ähm. Müller nach oben. Ich bin Gott. Okay, äh. Kann ich hier rein? Ja, da wo ist... Hallo, was haben wir denn hier an der Beweglichkeits-Wackelpuppe? Alles zu machen. Beweglichkeits-Wackelpuppe. Keine Angst, heiklen Problemen auszuweichen. An der Beweglichkeit wird da auf dem 1 erhöht. Das ist doch mal richtig geil. Ich habe zwei Status-Wackelpuppen innerhalb einer Aufnahme-Session gefunden. Das ist doch mal richtig geil. Oh, zwei, drei, vier, fünf. Okay, Action. Weil das man eine Fähigkeit nicht gebrauchen könnte. Also ich muss noch zweimal hier aufleveln, dann kann ich endlich Ninja freischalten. Welche eine sehr gute Fähigkeit ist, finde ich. Keine Auktionspunkte, die regulieren sich jetzt schneller. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Also komme ich hier einfach so an, noch eine Wackelpuppe vorbei. Geil. Ich habe gesagt, das Ding... Hallo, du kommst mal her. Und nimmst mal, warum hast du so viele... Warum hast du so viele Sachen bei dir? Alter, wo sich das an an? Ach ja, ich glaube, das liegt daran. Ich habe doch gerade die Gamma-Kanole von dir genommen. Die ganze Ohr. Rücklinge betrachtet, brauche ich nicht drei. So. Alter, ich habe die von neben genommen. Also hat er sie vorher getragen. Und dann kann ich sie wieder nicht aufnehmen. Ehrlich. Ja, gehen wir nochmal hier so zurück. Ich glaube, ich gehe nach unten zu Meiler. Wie es aussieht. Weil der ist wahrscheinlich der Gegner, der noch erledigt werden muss. Ja, wo sind die Geschütztürme? Können sie ja nicht werden. Ich habe sie ja abgestellt. Es geht mich jetzt nicht unbedingt Munition dafür verschwinden. Das ist eine sehr droge Idee, was ich gerade habe. Ich weiß schon mal, dass ich mit mir bedanke. Ich mache mich nicht aggro. So, der Mayer-Lock, der will es echt wissen. Na gut. Frage, wie kam ich nochmal dahin? Ja. Der Beste wäre jetzt, wenn dieses Ding sagt, wenn diese Siedlung sagt, ja, wir haben hier auf diesem Schiff Probleme mit Raider und ich komme da hin, die habe ich erledigt. Das wäre am besten. Ja, du bist fähig. Du bist nicht das, die ich gegen das ich im Wald gekämpft habe, oder? So. Wenn wir es jetzt, da war nicht das, wie ich gegen das ich gekämpft habe. Okay, egal. Ist mir egal. Egal. Gut, dann auf zum zur Siedlung. Ich würde sagen, wir wollten die aus dem Weg räumen. Weil, das habe ich schon gemacht und jetzt will ich keine Belohnung haben dafür. Das wäre so schön. Das war einfach so, ich bin so froh. Ich kann mich gar nicht vorstellen, wie froh ich bin. Hey, Cricket. Hey, dich kenne ich doch. Hast du auf der hinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Kind. Ich wollte schon sagen, du bist ja diese reisende Händlerin. Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messen, aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Okay, ich schaue mal, was du hast. Okay, kann ich ein paar Sachen loswerden. So ist nichts einzigartiges, ne? Das ist eine Beladung in mir, wenn ich Sachen bauen kann, das wäre vielleicht nicht schlecht. So, ich habe einen Fatman gefunden, den kannst du haben. Bei einem kritischen Treffer wieder aufhören, das kann ich nicht gebrauchen. Was? Okay, den Ball dann für ein Institut. Äh, ein paar anderes habe ich jetzt nicht, weil ich verkaufen kann. Hier, ich habe mein ganzes Essen gekauft. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgesammelt habe. Ich habe unser König im Fleisch hier. Staple kannst du haben, Schlamm-Bohne. Zigaretten kannst du haben. Hm. Wie meine? Preston, gib mal ein paar Sachen, ne? Hey, Cricket. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst... Ja, stell mir, komm, mir gibt es keinen vor. Hm. Okay, gott. Ein bisschen Geld reinbekommen. Gut, wo ist hier der... Obamaka? Du pensst, während ich hier komme. Ich glaube, Ed hakt. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Bist du neu hier? Hm. Ja, bin zum ersten Mal hier. Wenn das so ist, herzlich willkommen. Wir freuen uns hier auf Good Warwick. Immer über Gäste. Ja, ich weiß schon, was du dir jetzt denkst. Wer errichtet denn bitte eine Farm in so einer Gegend? Nein, lass auf mich nicht gedacht. Und dann der Geruch. Aber das ist es ja. Weißt du, das hier war früher mal eine Kläranlage. Aber das ist ja noch ein bescheuerteres Grinsen als ich. Äh. Kein Wunder, dass hier alles so gut wächst. Das nenne ich mal Commonwealth Einfallsreichtum. Ja, das tut es tatsächlich. Okay, ist aber... Ich muss zugeben, dass ich mich glücklich schätzen kann, mich überhaupt mit dir unterhalten zu können. Vor einer Weile hatten wir es echt übel. Ein paar Supermöden sind angegriffen und die gesamte Ernte verbüßt. Warum nicht ein Raider? Ich konnte kein Problem mit Raider haben. Aber die haben derzeit wohl genug damit zu tun, sich zu streiten. Also waren wir auf unser Land gestellt und wären allesamt fast verhungert. Kein Mann sollte seine Frau und seine Kinder leiden sehen müssen. Weißt du, was ich meine? Ah. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Die Minutemen sind wieder da. Und wir werden euch nicht nochmal im Stich lassen. Wenn das wahr ist, dann höre ich das nur zu gerne. Weil wir noch immer Hilfe brauchen. Diese Supermutanten sind noch immer irgendwo da draußen. Und sie könnten jederzeit wieder hier auftauchen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber wenn du sie aufhüllst, könnten wir alle wieder etwas ruhiger schlafen. Weißt du, wo sie herkommen? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Danke, dass du mir... Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na klar. Die schon erledigt? Was mir nicht gesagt, wo die sind. Okay. Okay, habe ich anscheinend schon erledigt. Da bin ich so momentan. Hey. Was brauchst du? Was jetzt? Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine... Vollkommen andere. Ich weiß. ...für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitsch. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück. Stück für Stück. Aber nicht mehr in dieser Folge, habe ich so das Gefühl. Mal wieder... Mal wieder... Irgendwie normale Siedler, hier außer euch. Leute, ja, bis zu Tonnen. Roger Warwick. Das ist ein Charakter aus League of Legends, so. Dieser Werwolf. So habt ihr ja ganz normale Siedler. Habt ihr ja sehr gut. Da kann ich nämlich jemanden schicken, wenn man in Wingate geht. Aber anscheinend sieht das nicht so aus. Einmal, ihr seid alle mit Namen versehen, das gibt's nicht. Wow. Gehe mich mal, ne? Ja. Da kann ich hier Schutzsachen bauen. Warum hat eigentlich niemand Schutz? Ich will aufs Queen hier rumbauen wahrscheinlich. Wo sollen wir denn hin? Also, was, da gehen wir jetzt noch hin. Nehme ich jetzt ganz schnell ein. Schießen ein bisschen mit dem Fatman durch die Gegend. Dann dürfte er so schnell wie möglich erledigt sein. Guter Plan. Finde ich auch. Ja, gut. Dann ist das ja auch erklärt. Und ja. Mal gucken, ob ich aufs Queen irgendwie so Erfahrungspunkte bekomme, ohne irgendeine Mission zu machen oder so. Vielleicht baue ich ein paar Sachen, ein paar Mods und so. Dann kriege ich ja auch wie blöd Erfahrungspunkte. Mal schauen. Vielleicht wieder Ausdauer erhöhen oder Intelligenz. Intelligenz sollte ich auf jeden Fall erhöhen, damit ich mehr Erfahrungspunkte kriege. Dann geht das schneller. Und ja, wir gehen jetzt im Alltempo dahin. Machen mit einem kurzen Prozess. Oh, hi. Na. Geht. Ja, da ist die Spielzeugfabrik hier, ne? Oder die Pyromantenort. Ne, da ist die Spielzeugfabrik, glaube ich. In den Tunnel erinnere ich mich. Dieses Rohr. Da. Ich habe gehört, hier ist eine Siedlung. Oh, ne, da fliegt schon wieder was. So. Ich werde ihn einfach vorbeiziehen. Vielleicht soll ich mit einem Fatman nicht so rumballern. Das ist der Gegner sind voll einfach. Ähm. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall mit einem Fatman hier rumballern. Weil ne blöde Ding das hier ist. Blöde Meierloch-König. Ja, was ist das? Pfff, Dio. Da ist alles? Da kann ich ja locker noch ne Mission machen. Ja. Mal sehen, wie dein Panzer damit nachhaugt. Oh, Gott. die ist so stark, sie fühlt sich so gut an ja das war einfach sehr einfach was war doch nicht meiner nähe der teil so ein kack fußstrahlen bauen So, hier, zack, BAMS, eingeschaltet, fertig. So, gehen wir auf den Farbgut durch. Hey, was gibt's? Was jetzt? Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raiden... Klar. Keine neue. Aufgepasst. Wie's los? Ich stehe zu diensten, General. An was denkst du gerade? Es gibt nicht viele, die ihr Leben riskieren würden, um an... Okay. Das ist jetzt wohl alles. Kein Problem. Okay, geil. Dann... Dann hab ich mal ab. Kann man richtig schnell an der Bluff, hab ich da gefühlt. Vielleicht ist das eine Intelligenz. Dann packe ich eben noch einen Punkt rein. Soll ich irgendwas anderes Neues hinnehmen? immer intelligenz noch mehr erfahrungspunkte aber das scheint es ganz ordentlich ist gebracht zu haben ein punkt einzigen bis hier nicht weiß jetzt nicht ob ich die wackelpuppe von intelligenz ab 8 scheint mir jetzt so ein guter wert zu sein erst einmal diese verdammten aber nicht die farm typen ja dann probleme jedes mal heißt es irgendwie bei dem jahr die werden von raider angegriffen die werden die haben probleme oder so ist auch wieder so eine mission von die ich schon alles erledigt habe anscheinend irgendwann kann es ja keine mission mehr geben mit ja da ist eine siedlung die wir bauen könnten weil immerhin sind ja alle gebiete ja weg flake ich bin ich die zahnfee sagt mir einfach was ich machen soll damit ich wieder verschwinden kann es gibt eine gruppe die uns einfach nicht in ruhe kressen hat das geliebt was wir wissen wo sie sich keine sorge wo da war ja auch schon mal da war ich auch schon mal mit mich aber noch alles ja die tiere mehr siedlungen für die minute mehr haben ja auch noch zehn minuten vielleicht auch mal hat eigentlich kann man voll einfach in dem spiel wenn man dauernd diese wiederholbaren sachen macht wie eigentlich sehr einfach mal so noch nicht macht das maximum level ist schon von jemanden gehört ja schon über 100 ist auf facebook oder so so ja das geht wahrscheinlich so lange ich kann wahrscheinlich soweit wenn wir sich alle perks habe irgendwie soweit bestimmt irgendwie so über 100 level ist trotzdem fühle ich mich kein bisschen stärker ja die mailer können da war natürlich jetzt freien richtig schlicht weiß ja nicht wie eine bedrohung für diese sieben da war weil ich frei weit entfernt war aber okay das spiel scheint stehen geblieben zu sein ja sie dann wie so aus das spiel bewegt sich nicht ich kann extrem und ein rechts datei das bewegt sich nicht mehr wenn ich dann guter zeitpunkt wenn sich das jetzt nicht in den nächsten ein zwei minuten was tut dem part zu beenden ja ich glaube das spiel ist abgestürzt dann eben ein etwas kürzerer part diesmal ich glaube der kürzeste part von fallout 4 bisher wegen technischen schwächkeiten und dann sage ich einfach mal dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge